ja moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen runde Hearthstone und wir versuchen hier die leider aufzuklettern zuletzt klappt das leider nicht so gut wir hatten ja in der letzten season im märz ziemlich viel erfolg mit dem dragon was dann ab rang 15 nicht mehr geklappt hat ich vermute dass es auch jetzt nicht funktionieren wird aber wer weiß vielleicht bringt uns der dragon wieder so viel glück dass wir hier weiter kommen ist ja jetzt eigentlich auch ich sag mal bis zur bis zum mammut ja auch nicht dass wir auch noch gegen brichter spielen ist ja nicht mehr so lange hin und dann kommt die neue season das ist mammut ja was ich gerade gesagt habe und ja das wird auch noch mal interessant auf jeden fall so eine erste runde können wir wohl nix machen die man auch in einer wahrscheinlich nicht nur noch kein drachen ob man dass man drachen bekommen er wird ja wahrscheinlich auch ein drachenpriester spielen geht das schon wieder los ich meine warum wir nicht ausspielen bevor das nicht so weit ist dass er hat sein schon verursacht zwei schaden führte die man noch nicht ich könnte mir noch eine karte dadurch holen mal gucken im zweifel da hole ich halt den hier raus schatten wortschmerz warte mal jetzt nur kurz mal rechnen zack wenn wir den da angreifen können wir heilen und den vernichten dann nervt er da nicht so rum weil mit sieben hp ist ja ein bisschen anstrengend ist jemand verletzt ist jemand verletzt kriegen wir dann mal einen drachen irgendwann wäre ganz cool meine herren ey so viele drachen im deck ne so dann ist er den wenigsten los und wir kopieren noch mal ein paar karten jetzt haben wir auch mal drachen setzt den angriff eines dieser auf den wert der seinem leben entspricht sehr nice und der nächsten runde können wir dann auf jeden fall mal reagieren hier die sportkarte raus zu hauen können dem die geben und die geben das sind 23456 ja passt also das einzige problem was wir da haben dass er mir natürlich mit seiner mit schatten wort schieß mich tot die karte zerstören kann aber dann haben wir die auf jeden fall schon mal einmal raus er stellt einen feindlichen diener mit max 3 verursacht drei schaden haben wir auch schon da ich nehme eher ihn hier das match könnte auf jeden fall ein bisschen länger werden als das letzte das letzte gegen knapp neun minuten dragon priest gegen dragon priest ich schätze mal bestimmt irgendwas bei 12 13 minuten locker ich muss mal nebenbei was zu trinken eingießen entschuldigung dafür aber wenn das match ein bisschen länger dauert den wollten wir eigentlich mit drei schaden töten wenn das gute ist wir haben sein 5 6er weg die junge dame können wir eigentlich auch gleich zerstören machen wir aber noch nicht wir spielen doch erstmal ihn aus und heilen uns dann würde ich sagen ja der kriegt ordentlich habe jetzt er fallen hat vier leben den kriegte auch nicht mit der karte zerstört und uns noch mal eine korde sehr gute korde und heilen uns sehr schön also ein priester kriegt den erstmal zumindest mit den zaubern hier macht wort oder schatten wort tot und schatten wort schmerz nicht da und weil wir zwischen drei und fünf liegt halt vier und Brand habe ich einmal rausgenommen ich trage die kraft der weg schwinge dich nicht na gut so kriegt er ihn down dafür kriegen wir Brand relativ einfach down müssen auch Brand muss weg und wir holen uns in hier der ist eigentlich sehr nice der müsste eigentlich auch eine hilfe sein okay das ist unglücklich das ist unglücklich dass wir sein bohrt nicht wegbekommen so wir machen hier mit drei schaden und haben dann noch vier haben aber auch noch ein drachen auf der hand alles klar gehen wir den und den so der hat 6 hp ist jemand verletzt ist jemand verletzt oh super kriegt eine korde vernichtet den okay schau dir und greift mit dem an mich was er natürlich er hat meiner meinung nach ein bisschen mehr glück gehabt in der starthand das ist so ein bisschen mein problem gerade ich hätte ihn nicht weggekriegt da dann hätte den wieder geheilt und hätte dann wieder noch eine karte also er hat einen deutlichen vorteil gerade er hat mehr karten er ist bei 30 also der schwede ne also ich glaube auch das wird hier mit krachenpriester spielt er gerade besser das ist leider so es war ideal die ich glaube auch das wird es nicht nix hier bringt mir eigentlich nichts ey nix hier bringt mir eigentlich nichts ey ursach drei schaden Ja, gut, er pinkt jetzt den an, kriegt dann wieder, kann sich heilen, kriegt dann nochmal wieder eine Kader X. Also normalerweise ist das Spiel hier verloren. Ich wüsste gerade nicht, wie wir das noch bessern können. Ja, damit er halt hier mit der Klerikerin nicht nur einfach den angreift, setze ich mal hier den Angriff hoch. Keine Ahnung, was ich sonst machen soll. Dann muss er zumindest irgendwie mit dem Drachen oder mit dem angreifen, damit er den heilt, statt so einem einfachen Angriff. Ja, also der hatte ja 1-3, er hätte ganz easy die beiden angreifen können. Das wollte ich so ein bisschen verhindern, ja gut. Er müsste halt rein theoretisch jetzt mit dem und dem hier, ja, oder er hat einen Zauber natürlich. Ja, also, keine Ahnung, spielt er ist viel besser als ich. Ich glaube, er hat mehr Lack gehabt. Meiner Meinung nach. Eigentlich haben wir gar keine... Ja, doch, wir haben noch eine Chance. Also was heißt eine Chance, also... Das ist eigentlich keine Chance, weil er hat viel zu viel Schaden auf dem... Er hat viel zu viel Schaden auf dem Board, ey. Schade, dass er 30 AP hat, ist natürlich mega ätzend. Weiß gar nicht, in welcher Runde haben wir unseren ersten Diener gespielt, in der dritten? Also es ist halt mega ätzend, wenn du als Drachenpriester, und er hat einen Drachen auf der Hand, keinen Drachen bekommst. Wir haben ja irgendwie in der fünften Runde erst einen Drachen bekommen. Und dann wird schwierig so ein Match, ne? Naja, er opfert jetzt sogar noch sein Board. Naja, ganz 13, 14 Minuten sind es nicht geworden. Gegen 30 HP, ey, sehr, sehr, sehr bitter. Schlecht in die Woche gestartet. Fallen, äh, ab auf Rang 18 leider. Ich sage vielen Dank, bis zur nächsten Folge. Euer Gonschi. Tschüss! Tschüss!